Theresa Stadlobers neuer Servicemann Manuel Schwentner hat wegen des Bronzegewinns der Salzburgerin Haare lassen müssen. Zitat, er hat gesagt, wenn ich eine Medaille mache bei diesen Spielen, darf ich ihm die Haare abrasieren, so Stadlober. Also schreitet die 29-Jährige gleich zur Tat, doch es kommt anfangs noch zu ein bisschen Gegenwehr. Sie ergänzt, er hat gemeint nur auf der Seite, aber ich habe gesagt, machen wir es gleich gescheit. Was passiert, sollte Stadlober eine zweite Medaille holen, ist noch offen.